dp audiobooks präsentiert mein nachbar weihnachten und ich von lilly eden gelesen von dagmar bittner wir wünschen viel freude beim hören für sarah die geschichten liebt und einer miesen krankheit in den hintern tritt prolog sommer 1997 das blau des himmels wirkte wie die oberfläche eines spiegelglatten sees watte bäuschen gleich zogen die luftig zerrissenen wolken über juna hinweg wenn sie lange genug hinsah schienen sie die formen von tieren und magischen wesen anzunehmen es brauchte nur die nötige geduld bis sich das tor zu dieser traumwelt öffnete juna lag auf dem rücken im kurzen gras und rollte den stängel eines gänseblümchens zwischen den fingern sommerferien eine schier endlose folge an tagen an denen sich juna nach herzenslust draußen herumtrieb und abends mit dreckigen kleidern und einem breiten lächeln nach hause kam jetzt am nachmittag machte sich allmählich erschöpfung in ihr breit und so genoss sie die kleine auszeit auf der spielplatzwiese selten war es hier so ruhig wie in diesem moment ein näher kommendes rascheln im gras riss juna aus der beobachtung der wolken und ein schatten schob sich über sie auch ohne den blick vom himmel abzuwenden wusste sie wer neben ihr stand seine schritte zielstrebig und leicht stark sind hatten es ihr verraten obwohl sie ihn aufgebracht atmen hörte ignorierte sie ihn weiterhin warum hast du das getan platzte es aus ihm heraus das wolkentier das sie eben entdeckt hatte löste sich vor ihren augen auf stöhnend rappelte juna sich auf und stellte sich vor ihn was habe ich jetzt schon wieder getan tristan mein schläger er fuchtelte mit einem tennisschläger vor ihrem gesicht herum lose hingen einige der kunststoff fäden heraus das war ich nicht mit roten wangen sah er sie starr an du hattest ihn vorhin in der hand das habe ich genau gesehen und als ich ihn eben geholt habe war kaputt sei wenigstens ehrlich juna ich bin ehrlich zischte sie und wie soll es dann passiert sein er baute sich vor ihr auf mit seinen zehn jahren überragte tristan hoffmann sie um mehr als einen kopf das war ich nicht wiederholte sie und fixierte wütend sein gesicht wie er sie nervte und wie lächerlich dieses weiße polo shirt und die kurze hellblaue hose aussahen aber diese aufmachung passte zu tristan du kannst eh nicht schnell genug rennen um gut tennis zu spielen setzte sie herausfordernd hinzu du willst es nur nicht zugeben trotzdem werden deine schrägen eltern es bezahlen müssen schrie er sie sind nicht schräg brüllte juna zurück und ungewollt ballte sie ihre rechte hand zur faust hast du eine ahnung wie teuer der war vermutlich habt ihr nicht einmal das geld um den zu bezahlen grinsend sah er auf sie hinab der faustschlag kam unvermittelt tristan schrie auf und seine brille fiel zu boden augenblicklich ran blut aus seiner nase und tropfte auf den weißen stoff seines hemdes einen moment betrachtete juna wie das material die flüssigkeit aufsaugte dann verengte sie ihre augen zu schlitzen ich sage immer die wahrheit spie sie aus drehte sich um und stapfte davon mit verschränkten armen saß juna auf der spielplatzbank möglichst weit weg von tristan der wie ein häufchen elend auf der anderen seite hockte ihre mutter betrachtete sie kopfschüttelnd während helen ihrem sohn ein weiteres taschentuch reichte schauspielerisch einwandfrei jammerte tristan noch immer und juna bereitete es große mühe beim anblick der vielen dunkelroten flecken auf seinem hemd ein lachen zu unterdrücken also was ist schon wieder passiert wollte ihre mutter wissen und beugte sich zu ihr hinunter juna betrachtete das muster der weiten batik hose die im sanften wind leicht flatterte schließlich sah sie auf und in das gutmütige gesicht von gitter an ihren ohren baumelten lustige ohrringe mit bunten federn die zu den langen und offenen haaren passten ganz sicher war ihre mutter die schönste frau der welt ich höre hakte gitter nach er hat es verdient murmelte juna weil er behauptet ich würde nicht die wahrheit sagen um was ging es dieses mal wollte helen wissen und ein seufzen entwich ihren akkurat nachgezogenen lippen aufgebracht stand sie in ihrem nadelstreifen rock vor ihnen und zerrte das nächste taschentuch aus der handtasche juna hat meinen schläger kaputt gemacht erklärte tristan überzeugt hast du das gitter legte die hand unter junas kinn und sah ihr in die augen juna schüttelte den kopf und schob die unterlippe ein stück vor wie immer meint er ich sei an allem schuld ihr zwei könnt einen wirklichen den wahnsinn treiben hörte sie helens stimme warum könnt ihr euch nicht einfach aus dem weg gehen weil diese siedlung für uns zu klein ist presste juna heraus warum kannst du dich nicht wie ein mädchen verhalten mädchen prügeln nicht mit stechenden augen sah tristan zu ihr hinüber warum kannst du nicht wie dein bruder sein und nicht so ein arsch gab sie laut zurück im gegensatz zu tristan konnte man mit con wunderbar spielen sie verbrachten den großteil der tage zusammen und trieben sich im viertel rum aber tristan war anders er nervte das tat er schon seit sie denken konnte ach das bringt alles nichts wie immer erland stemmte die hände in die hüften ihr haltet euch jetzt endlich voneinander fern wenn ihr es nicht hinbekommt euch zu vertragen und mein schläger jammerte tristan leidvoll und juna verkniff es sich mit den augen zu rollen wir haben noch einen so schlimm ist das nicht das kann repariert werden genauso wie die brille seufzte helen und betrachtete den riss in einem der gläser wir sollen alle unsere mitmenschen lieben und mit güte behandeln säuselte gitter und kniete sich vor juna auf den boden juna kannte diesen satz zu gut wie oft hatte ihrer mutter ihr diesen wohl schon vorgesagt aber ich hasse tristan rief sie hass ist ein starkes wort ein starkes gefühl ihr hasst euch nicht ich hasse sie auch pflichtete tristan juna bei wenigstens in einer sache waren sie sich einig gitter fuhr mit den händen unter ihre langen haare und löste eine ihrer vielen halsketten ab die mit dem kristall mit dem juna früher so gerne gespielt hatte dann sah sie von einem kind zum anderen und hob den stein an seinem lederband in die höhe wisst ihr dass man damit die zukunft vorhersagen kann fragte sie mit verschwörerischer stimme quatsch kommentierte tristan und verschränkte die arme vor der brust oh doch ganz sicher ich halte ihn ganz still und denke dabei an eine frage wenn der kristall nach vorne schwingt bedeutet das ja und wenn er zur seite schwingt nein führte ihre mutter aus neugierig betrachtete juna den stein das hatte gitter nie erzählt vielleicht war es sogar wahr ich bin mir sicher dass ihr beide irgendwann einmal freunde werdet sagte sie und juna glaubte gewissheit herauszuhören niemals sagte juna niemals wiederholte tristan dann fragen wir doch den kristall flüsterte gitter geheimnisvoll nach vorne bedeutet ja zur seite nein schaut nur ganz genau hin sie hob die hand noch ein stück höher gebannt starrte juna auf den stein ganz still hing er an dem lederband gerade als sie enttäuscht wegsehen wollte nahm sie eine bewegung wahr erst langsam dann immer schneller schwang der anhänger vor und zurück seht ihr irgendwann werdet ihr euch verstehen gitter legte die kette wieder an und stand auf meinst du das ändert was wollte helen von ihr wissen und fuhr sich mit der hand über die ordentlichen kinnlangen haare vielleicht gitter zwinkerte ihr zu gib mir die rechnung für die brille das ist schon in ordnung es gehören immer zwei dazu antwortete helen und streckte die hand nach tristan aus wir gehen jetzt erst mal zum arzt nicht dass die nase noch gebrochen ist juna beobachtete wie tristan aufstand und hinter seine mutter hertrottete und hinterher die 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 Vielen Dank.